So, jetzt ist mal Willy Wonka im Auslauf. Der war ja im April, hatten wir den ja auch im Einzelkennel vorgefunden, weil sie sich nicht so richtig getraut haben, den zu vergesellschaften. Aber der lebt jetzt auch schon eine ganze Zeit lang mit der Shady und mit dem Hugh und der Angelique zusammen, was super gut klappt. Aber die anderen wollen alle nicht an der Leine laufen, beziehungsweise sind wir uns nicht sicher, ob wir hier von dem Gelände wieder eingefangen kriegen. Deswegen haben wir jetzt nochmal den Willy hier in den Auslauf gebracht. Ja, Willy ist ein älterer Rüde, schon ein bisschen auch zugenommen, weil er viel zu wenig Bewegung hat. Ganz, ganz nett, mit anderen Hunden, mit Menschen, will einfach irgendwo dabei sein. Ist nicht besonders hoch, der hat so 45 Zentimeter Schulterhöhe maximal. Nachher machen wir noch ein paar schöne Bilder von Willy. Willy ist echt nett, läuft auch gut an der Leine. Und ist jetzt erstmal beschäftigt. Den lassen wir jetzt ein bisschen hier drin und erfassen weiter in den Kennels. Und dann kann der hier mal mal bestimmt rumtippeln und was anderes erleben. Und dann wird es noch ein bisschen mehr so 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 ein bisschen mehr so